Moin Moin ihr Füchse und damit schon willkommen zu Part Nummer 10 unseres Blender 2.9 Einsteigerkurses. Ich hatte in den Kommentaren schon mal so ein bisschen gelesen, dass euch das Partikelsystem in Blender sehr interessiert. Deswegen dachte ich, machen wir heute mal so ein bisschen die Basics in Blender. Nichts ausgefallen ist, wirklich nur das Grobe, also die Basics, dass ihr wirklich versteht, womit ihr es da zu tun habt, was ihr damit alles machen könnt. Und ja, deswegen möchte ich jetzt gar nicht lange schnacken. Ich würde sagen, wir stürzen uns jetzt direkt in Blender 2.9. Los geht's wie immer nach dem Intro. Viel Spaß. Angekommen in Blender 2.9. Ich habe selbstverständlich die Screencast Keys wieder für euch angemacht. Das heißt, ihr seht hier unten links wieder alles, was ich so drücke und betätige. Wie gesagt, wollen wir mal so ein bisschen in die Basics reingucken eines Partikelsystems in Blender. Denn mit dem Partikelsystem kann man echt viele tolle Sachen machen. Man kann zum Beispiel ein Objekt nur modellieren und es tausend oder unendlich mal, wie oft man auch möchte, in der Welt spawnen lassen, beziehungsweise in euren Blender-Projekt. Das könnte man zum Beispiel verwenden, wenn man zum Beispiel ein Regenpartikel zum Beispiel machen möchte. Das werden wir in dem Fall jetzt aber nicht machen. Ich möchte nur die Basics erklären und wie ihr damit so ein bisschen so die ersten Schritte halt machen könnt. Deswegen brauchen wir als allererstes einen Plane. Den werden wir hinzufügen über das Add-Menü. Ihr wisst ja, wie das Ganze geht. Den skalieren wir mal, sagen wir mal 5. Wir geben dafür einfach 5 auf unserer Tastatur ein. Denn das ist sozusagen unsere Basis, wo das ganze Partikelsystem drauf ist. Das werden wir jetzt auch hinzufügen. Dann erfahrt ihr dazu gleich mehr. Wir klicken mal auf diesen kleinen Punkt, wo so 3 kleine Punkte noch weggehen und klicken hier oben einmal auf das Plus. Dann fügen wir ein neues Partikelsystem. In dem Fall heißt das Ganze Partikel-Settings hinzu. Mit einem Doppelklick könnt ihr das Ganze auch umbenennen. Müssen wir in dem Fall jetzt aber nicht machen. Hier haben wir jetzt noch 2 Möglichkeiten, zwischen denen wir wählen können. Einmal ein Emitter und einmal ein Hair. Ein Hair-Partikelsystem ist wirklich, wie der Name schon sagt, für Haare. Wenn wir zum Beispiel mal hier draufklicken, kriegt ihr hier ganz viele verschiedene Strähnen. Und da könnt ihr auch viel, viel Zeug machen mit. Aber das ist wirklich schon ein bisschen fortgeschrittener. Wir gehen mal auf den Emitter. Denn das macht genau das, was wir wollen. Denn wir wollen jetzt diesen Würfel hier einfach so, je nachdem, in dem Falle jetzt 1000 sind hier voreingestellt. So oft wollen wir den jetzt hier in der Welt spawnen, beziehungsweise auf diesem kleinen Plain. Deswegen müssen wir auch immer etwas hinzufügen, wo das Ganze gespawnt wird. Ich werde jetzt auch diesen Ausdruck mal verwenden, spawnen. Denn der ist eigentlich so viel in einem Begriff. Und ich denke, damit kommen wir hier ziemlich weit. Dann versteht ihr das Ganze ein bisschen besser. Wir werden jetzt aber als erstes noch den Würfel skalieren. Also kleiner machen. Wir müssten das nicht machen. Denn wir haben auch in unserem Partikelsystem, wir klicken mal auf Render. Und hier können wir nämlich einstellen, was wir rendern wollen. Und wir wollen ein Objekt rendern. Deswegen klicken wir mal hier drauf und wählen Objekt aus. Dann können wir hier unten nämlich ein Objekt auswählen. Das ist in dem Falle der Cube. Wir können ihn hier aus der Liste packen. Wir können uns aber auch die Pinzette hier nehmen und einfach auf den Cube klicken. Dann seht ihr hier unten jetzt schon einen Würfel. Aber leider nur einen. Das liegt daran, dass wir ein Partikelsystem benutzen, das immer auch gleichzeitig eine Animation ist. Denn wenn wir jetzt zum Beispiel mal auf Play unten drücken, seht ihr, dass hier ganz viele kleine Würfel erscheinen. In dem Falle jetzt wie gesagt 1000 Stück. Ihr seht, dass die nach unten fallen und dann hier sich auflösen. Nachdem das Ganze dann abgespielt ist, dauert das einen kleinen Moment und dann fängt diese Animation quasi wieder von vorne an. Wir könnten hier jetzt auch zum Beispiel das Ganze pausieren, wenn uns das hier zum Beispiel gefällt, für unsere Zähne oder für unseren Ränder. Und könnten das hier dann auch umwandeln in ein Objekt oder das Ganze halt so statisch machen. Darauf möchte ich jetzt aber nicht eingehen, sondern wir wollen jetzt erstmal die Basics klären. Wir können übrigens diesen Würfel hier oben auf das Auge klicken. Den brauchen wir erstmal nicht, denn das Ganze ist auch so sichtbar. Jetzt werden wir hier noch einmal den Scale anpassen. Das, was ich eben gesagt habe. Wir können hier zum Beispiel auch die 1 eingeben, dann ist es 1 zu 1 wie unser Würfel, den wir eben hatten. Wir könnten aber auch einfach sagen, wir möchten den ein bisschen kleiner haben, 0.4. Ihr seht jetzt, dass hier die Hälfte fehlt. Die fehlt aber nicht, die ist einfach nur hier unten drunter. Wir könnten, wenn wir möchten, das Ganze auch so einstellen, dass es zufällig ist. Also wir können hier zum Beispiel auch die Scale Randomness einstellen. Dann sagen wir 0,5. Dann, ich klicke mal auf Play, seht ihr, dass jeder Würfel, also wir haben sogar kleinere Würfel dabei. Das gefällt mir noch nicht ganz. Wir machen das mal noch ein bisschen kleiner. Und die Randomness machen wir noch mal ein bisschen höher. Dann haben wir wirklich kleine und große Würfel hier jetzt. Wenn wir jetzt hier Play drücken, seht ihr, dass die hier alle schön runterfallen. Wenn ihr möchtet, könnt ihr auch die Numbers hier erhöhen. Ihr könnt zum Beispiel auch sagen, wir wollen hier 2000 Würfel. Gehen nochmal an den Anfang und klicken nochmal Play. Dann werden hier 2000 Würfel gespawnt. Ziemlich cool. Wenn wir möchten, können wir die auch noch unter dem Punkt Rotation rotieren lassen. Hier können wir nämlich auch den Randomize Faktor eingeben. Wir klicken hier einfach mal und sagen auch ähnlich wie unten, Punkt 8. Dann ist sogar jetzt jeder Würfel noch in einer anderen Rotation. Sieht aus wie so ein richtig großer Schneesturm oder viele große Schneeflocken. Und in dem Falle könnten wir sowas sogar machen mit einem Partie-System. Wir könnten jetzt zum Beispiel auf diesen Würfel eine Textur texturieren über UV-Mapping. Das habt ihr auch schon mal gelernt. Und könnten uns zum Beispiel eine Schneeflocken-Textur nehmen und könnten die einfach darstellen. Und dann hätten wir schon Schnee in Blender. Und wir könnten das Ganze halt wie gesagt auch einfach pausieren. Und dann so rausrendern, wie wir das Ganze möchten. Wir können das Ganze auch einfach nach oben bewegen. Sagen wir mal, hier unten ist unsere Zähne. Und wir wollen es gerne in unserem Render-Bild schneiden lassen. Deswegen machen wir das dann so. Und drücken dann zum Beispiel Pause. Und haben dann dementsprechend, ohne das Ganze aufwendig zu modellieren und hin und her zu bewegen. Deswegen, so, ja, Schneeflocken sind es jetzt halt nicht. Aber ihr wisst, was ich meine. Ein Haufen cooler Würfel. Wenn wir möchten, können wir das Ganze auch noch erweitern, indem wir hier unter der Velocity noch so ein bisschen dran rumspielen. Hier könnten wir zum Beispiel noch einstellen, dass das Ganze eventuell so eine Art Schneestorm werden soll. Indem wir hier zum Beispiel bei der Y-Axis, oder nehmen wir mal die X-Achse hier. Das passt, glaube ich, besser. Nehmen wir mal die X-Achse und stellen hier einfach mal 2 ein. 2 Meter pro Sekunde. Dann seht ihr, dass das Ganze hier noch ein Stückchen zur Seite geht. Seht ihr das? Ziemlich cool. Wir könnten das Ganze auch hoch hüpfen lassen. Sagen wir mal 10 Meter pro Sekunde, bevor es zum Boden fällt. Dann springt das Ganze hier sogar noch hoch. Und wir hätten hier so eine richtig Art kleinen Wasserfall. Die kommen jetzt aber leider nicht mehr hier unten an. Das Ganze könnten wir bei der Lifetime ändern, indem wir hier zum Beispiel sagen, wir wollen hier 200. Ich glaube, das war... Ja, das war richtig. Ich dachte schon, wir müssen runter. Dann seht ihr, haben wir hier so einen richtig kleinen Wassersprengler. Sieht ziemlich cool aus, wie ich finde. Also ihr seht, man kann da echt viele Sachen mitmachen. Wie gesagt, sollte es jetzt bloß ein Anfänger-Tutorial sein. Und sollte jetzt nicht komplexere Themen wie ganze Partikel-Systeme erläutern. Ihr solltet halt wirklich erstmal verstehen, okay, was ist das Ganze? Wofür kann ich das Ganze verwenden? Und wenn ihr möchtet, können wir natürlich auch nochmal ein paar Tutorials machen, wo wir so richtig coole Partikel erstellen. Übrigens, wenn euch das Ganze hier nicht so gefällt, vom Runterfallen, könnt ihr hier auch noch Seeds einstellen. Das kennt ihr aus etlichen Spielen. Dass das Ganze einfach ein bisschen anders gerendert wird hier oder generiert wird. Ziemlich cool. So, ich hoffe, ihr seid einigermaßen mitgekommen. Falls noch Fragen offen sind, haut es wie immer in die Kommentare. Ich werde die gerne beantworten. Und schreibt es natürlich auch gerne mal in die Kommentare, wenn ihr wirklich mal ein Partikel-System-Video haben möchtet. Wie bereits am Anfang erwähnt, sind wir jetzt schon bei Part 10 dieser Einsteigerei angekommen. Und so langsam, muss ich ehrlich zugeben, gehen mir die Ideen aus. Deswegen werde ich mal gucken, womit wir so in zwei Wochen weitermachen. Eventuell natürlich mit einem Partikel-System, falls ihr dazu gerne mehr sehen möchtet. Ansonsten würde ich mich jetzt bei euch verabschieden. Nächste Woche seht ihr wieder den Manu. Mich seht ihr wieder in zwei Wochen. Ihr hört mich am Freitag auf dem Short-Tutorial-Kanal. Abonniert den Kanal, wenn ihr das noch nicht getan habt. Aktiviert die Glocke und all dieser Krimskrams drumherum. In diesem Sinne wünsche ich euch eine schöne Restwoche. Die Friseure haben ja Gott sei Dank wieder auf. Für mich geht es diese Woche dann auch endlich mal zum Friseur. Das wird dann mal wieder ein bisschen ordentlicher aussehen in diesen Videos. In diesem Sinne, macht es gut ihr Füchse. Ciao.